SADAME HEA- Ja, einmal Linienweg wieder geboten und Explosionspfeil. Boah, der sieht geil aus. Den probiere ich mal aus. Und Keltrobs. Weiß ich nicht mehr. Und, ja, komm. Zwei Bomben. So, würde ich sagen, starten wir direkt mal das zweite Level. Ich schaue mal wieder, ob der aufnimmt. Ihr seid hier schon gewohnt. Ja, alles klar. Find Items, ja, 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 ja. Ja, wir sollen zurück. Das stimmt. Also, Bogenschützen sehen weiter als andere. Das ist richtig. Das habe ich auch schon feststellen müssen. Wie geil. Wir spielen jetzt ernsthaft das erste Level von Rekimaru nochmal. Wie geil. Okay. Krass. Ja, dann. Aber Rekimaru war aber hier ein Gegner. Da hinten ist auch wieder ein Gegner. Also, das passt schon so. Nein. Das ist ein Bogenschütze, glaube ich sogar. Aha. So, dann schauen wir mal. So. Jo. Hier habe ich aber mehr Soundbugs als in den anderen Levels. So, zack. Weg mit dir. Haha. So. Jo. Alles klar. Aber ich finde das Kämpfen mit Ayame hier, zumindest bei den Endgegnern, finde ich besser. Weil da kann man viel mehr treffen und so. Aber ja. Ah ja, das sind ja die Typen, genau. Ja. Nächster Schlüssel, okay. Ja, ich verstehe schon. Ja. Das ist genau wie bei Rekimaru. So. Aber, bevor ich bin, Schlüssel hole. Moment. Weil ich weiß ja noch in etwa, wo die Gegner hier waren. Nämlich hier hinten. War da auch noch einer. Ja. Nein, warum geh ich runter, ich Idiot? Oh Gott, der Hund, der Hund. Oh, fuck. Oh. Ich habe kein Schuriken mitgenommen, hm? Ne, das heißt, ich muss jetzt da hinlaufen. Oh Gott. Ne, ich gehe erstmal hoch hier. So. Was ist denn? Ah, da. Was ist denn da drin nochmal? Moment, was waren die? Ah, schaut mal. Eine Bombe. Da ist dieser blöde Hund da draußen. Und noch ein Gegner da hinten, okay. Ah. Ah, der sieht mich jetzt. Ne, okay. Was geht hier für eine komische Route? Ich lauf hin. Und dreh dich nicht. Nein. Nein. Der scheiß Hund hat mich entdeckt. Fuck. Ist das ärgerlich, ey. Shit. Shit. Nice night. Ja, die habe ich auch vermisst hier, ey. Diese Tippen. Oh, da unten geht der. Und. Und zack. Geil, ja. Sehr schön. Bäm. Weg mit dir. So. So, da sind die. Ah, dann gehe ich mal da hin. Dann gehe ich mal da hin. Hä, 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 hä. Hä, hä, hä. Was machen die denn da? Frage ist jetzt... Wie kriege ich die unentdeckt? Ich glaube... Äh, einmal Blasrohr. Einmal Blasrohr und dann direkt abhauen. Direkt abhauen. Direkt abhauen. Nein. Shit. Einer hat mich gesehen. Oh, einer hat mich entdeckt. Shit. Ich habe die Party jetzt erstmal da beendet. Und, ja, keine Ahnung. Aber irgendwie... Ich weiß nicht, wie ich die kriegen soll. Unentdeckt. Oh, was? Ninja? Nein, nix Ninja. Hier ist kein Ninja. Egal, so. Wir haben, glaube ich, die Leiche entdeckt oder so, hä? So. Was haben wir denn hier? Also. So. Ah, hier unten war ja noch was. Stimmt. Ich erinnere mich, oder? Ne, mit Dayami ist hier nix, okay. Was? Was habe ich denn da... Ne, hä? Okay. Ah, ja gut. Die entdecken jetzt die ganze Zeit die Leiche. Ist klar. Deswegen habe ich mir auch, äh, diese beiden Blasrohre mitgenommen. Für diese... Für diese Typen hier. Weil ich gehe auf Nummer sicher, wisst ihr. Ich habe keinen Bock, nochmal von denen entdeckt zu werden. Hier waren noch drei. Ja, das ist doch nur einer. So. Dann schauen wir mal weiter hier. Steht der da nur rum, oder was? Nein. Er kommt. Ja. Er hat die Leiche entdeckt. Das habe ich mir gedacht. Und deshalb, äh, ja. Warum habe ich jetzt hier Soundpacks? Keine Ahnung. So, wo geht denn der hin? Was macht denn der? Ah, der geht jetzt zur Krüppel-Route. Oh Mann, okay. Nein, 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 nein. So. Dreh dich mal um, dann bist du tot. Du sollst nicht hin. Komm, dreh dich rum. Oh Mann. Alter. Oh, was ist das hier für Soundruggler? Der dreht sich jetzt bestimmt rum, wa? Ah! Boah, Gott sei Dank. Oh, das war knapp. So. Da habe ich die alle drei hier gekillt. Und da ist der Schlüssel. Sehr schön. Haben wir hier noch irgendwas? Ja, hier drin geht es wieder mit dem Sound. Ne? Weil wenn ich rausgehe, dann ist wieder Soundbugs. Keine Ahnung. So, hier gab es auch eine Tür noch. Da kann ich erst mal reingehen hier in die Hütte. Geh mal hier rein. So. Was war denn hier noch? War hier noch irgendwas? Ja, ja, klar. Aber, Moment mal. Hier hoch, oder was? Ne. Hä? Wo war denn das hier? Ah, okay. Schön getarnt hier. So, was haben wir hier noch? Nichts. Okay. Haben wir hier noch? Ah, ja. Stimmt. Hier kann man ja reinkriechen, ne? Stimmt schon. Aber wo komme ich raus? Ah, ne, das will ich noch nicht. Ne, ne, das will ich noch nicht. Ich bin nämlich schon richtig da. Ne, ne, ne. Ich will noch in die ganzen Häuser hier rein. Mal gucken, was es hier noch so gibt. So, wo war es noch was? Hier vorne. Irgendwie ist hier draußen immer Soundbugs. Keine Ahnung warum. Ja, das war ja hier mit dem Schlüssel, ne? Ja, genau. So, dann haben wir ja das hier aufgeschlossen jetzt. Dann geht's mal weiter hier. So, irgendwo ist der nächste Gegner. Wo ist denn der? Hallo? Wetten, der kommt jetzt... Hä? Habt ihr Spaß mit der Geisha letzte Nacht? Ja, wir waren aus für ein bisschen Sushi. Habt ihr ein bisschen wasabi? Nein. Das wäre nicht gut, Mann. Irgendeiner hat Sushi und irgendeiner hat wasabi gegessen, okay? Schön vorurteilshaft. Oh, Mann. Schön Klischee. Oh, nein! Was macht der denn? Ach! Ach, Penner, ey. Da hat er mich entdeckt hier. Ah, shit. Ah, da ist noch einer. Und wenn... Und weg mit dir. Direkt weg hier. Das zählt aber nicht. Das haben wir ja jetzt gelernt. Äh, dieses kurz entdecken und dann direkt killen. Das zählt nicht. Das habe ich ja in dem letzten Part gehabt. So. Ja, das ist nix hier. So, schauen wir mal weiter. Ah, das ist diese fucking Unschuldige. Oder was? Jetzt ist hier keiner, okay? Auch nicht schlecht. Dann ist der hier oben drauf, oder was? Gehen wir da hin. Ah, da ist er ein Gegner. Okay. Jetzt ist hier ein Gegner. So, dann gehen wir hoch und kill ihn. Zack. Weg mit dir. Penner. Du Penner. Ja, seine Waffe. Okay. So, dann geht's ja hier oben auch direkt weiter schon, oder? Nee, hier geht's nicht weiter. Shit. So, dann muss ich nochmal gucken. Wo waren das jetzt hier nochmal? Ah, hier, oder was? Oh, hier habe ich doch auch beim Let's Play gehangen. Moment. Beziehungsweise, ja, es ist ja immer noch das Let's Play. Beim letzten... Nee, beim Anfang von Rikimaru, meine ich. So, dann gehen wir da hoch, bitte. So, dann ist doch hier oben ein Loch. Genauso ist es. So. Alles klar, da muss ich aber so rum rein. Da kommt man nämlich raus. Sehr schön. Und das da hinten, das ist ein Gegner, genau. So. Ah, nein, 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 nein. Vergiss es. Und zack. So. Sehr schön. Bisschen konzentrieren. Ich gehe mal lieber aufs Dach, weil... Die ganzen Gegnern hier. Der sieht jetzt bestimmt die Leiche und dann... Ja. Seht ihr das? Als ob ich es gewusst hätte, ey. Wo denn? Ah, direkt unter mir. Okay. Ja. Vergiss das mal. Oh. So. Boah, was war das denn? So, schauen wir mal hier. Bei Rikimaro gab es die letzten Items, aber... Er hat sich schon geklaut, okay. Ich verstehe. Schade. Naja, egal. Schauen wir mal weiter. So. Äh, ja, ich wurde einmal entdeckt. Ah! Oh mein Gott. Nein, warum? Wie kann er mich von so weit? Wie kann er mich von so weit sehen? Oh, nein. Na gut. Kaum habe ich es gesagt, werde ich einfach entdeckt. Ey, das ist doch... Mann! Hä? Jetzt geht die nicht da hoch, oder was? Äh! Dixer. Richtiger Penner! Mann! Ey! Mach das mal auf hier. So. Was zum Teufel! Geh da mal hoch, bitte. Nein, nicht so! Was machst du denn? Du sollst da hoch. So. Geh hier hoch, ey. Boah. Mies, Alter. Richtig scheiße. Ah! Nein, 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 nein! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, 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 weg! Boah. Da hinten, ey. Boah. Ey, das ist schwer. Schwerer als gedacht hier. Äh? Interessant. Ja. Geh ich mal hinten hin. Lieber über die Dächer. So, dann fahre ich mich jetzt... Ja. Okay. Mist, du Penner. Und... Zack! Ich will eigentlich mal einen Kill von oben machen, aber... Ah! Und zack! Nee, ging auch nicht, okay. Egal. Ich habe direkt mitge... Ich habe noch nicht mal die Zeichen voll. Das wäre in Ernst. Warum habe ich nicht die Zeichen voll? Hier kommen wir doch rein, oder? Hier ist zwar keine Tür angezeichnet, aber man kann hier rein, okay. Aber hier ist es nicht. Sie ist nur... Was ist das hier? Was ist das hier? Wo führt das hin? Wo führt das hin? Ah, zurück. Ah, alles klar, zurück. Ich verstehe. So, ja, dann gehen wir wieder da hin. Zurück will ich ja nicht. Na, so. Da wollen wir ja schon weitermachen. So. Ich dachte, ich habe ja... Da hatte ich ja bei Rikima aber auch so eine Szene. Ja, gut. Aber ich muss aber doch wenigstens die Zeichen hier vollkriegen, oder? Oder Moment mal. Wo geht das hier hin? Ich glaube... Hier war... Ja, hier war... Oh, Mann. Hier komme ich ja her. Stimmt. Ach, Mann. Ist das blöd. Wo muss ich denn überhaupt hin jetzt? Ey, ich will wenigstens noch hier... ...alle Gegner killen. Da hinten war doch noch was. Stimmt. Genau, da ist doch einer. Oh, okay. Ich habe noch die Chance. Ah, das ist ein anderer. Die sind besser, diese Typen. Und zack. Was, 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 was? Wer? Erstmal Zeichen. Hui, hui, hui. Ich weiß, das heißt doch, muss ich Penis. Aber ja, egal. Ja, der Ninja Zublock. Den kriege ich irgendwie... Nein! Oh, Gott. Oh, Gott. Nein! Fuck! Ah, hat er mich entdeckt. Dieser Penner. Ah, jetzt geht er hoch. Und geht er zurück. Und... Ah! Ist das mies! Penner, ey. Mensch. Fuck. Wie oft haben die mich jetzt entdeckt, Alter? Oh, Mann. Und das im zweiten Level. Das ist doch eigentlich so ein gemütliches Dorf-Level. Ah, Leiche. So. Egal, komm. Lassen wir uns davon jetzt nicht aus der Ruhe bringen. Äh, ja. Schauen wir einfach mal, dass wir das hier weiter recht souverän hinkriegen. Der geht zurück auf seine Route. Okay. Kill von oben. Ja, Kill von oben. Okay. Zack. Oh, geil. Was habt ihr davon? So eine Bombe. Eine Rauchbombe. Geil. Okay. So. Wo war das denn jetzt hier? Da hinten ist noch ein Loch. Ah, hier unten. Warte mal. Hier unten kann ich rein. Nein. Stimmt. Ist das jetzt hier der Endgegner oder was? Äh. Direkt bei 68. Alter, was geht denn hier ab? Alter, was geht denn hier ab? Oh Mann, ey. Mach das Ding auf. Boah, was geht denn hier ab? Das ist ja krass. Das ist wieder die Maske, ne? Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Okay. Okay. Und der zweite Teil spielt sich ja alles in den Häusern ab, ne? Da ist er doch. So. Beweg dich mal. Yes, so. Sehr schön. Ist mir egal, dass du mich kurz entdeckt hast. Das wird eh nicht gezählt. So. Dann haben wir hier Kinderspielzimmer. Und hier werden Typen abgeschlachtet. Okay. Da komme ich aber her. Ah. Irgendwas ist da. So. So, Moment mal. Und? Irgendwo hier hinter wahrscheinlich. Nicht, oder? Moment mal. Wo sind wir denn hier? Ah, der pennt. Alles klar. Ja, wenn der pennt, dann pennt der. Nein, warum? Ah, nein. Ich habe den doch gekillt. Ich habe den doch gekillt, Mann. Was soll denn das? Ah, ich muss R2 drücken. Ah, scheiße. Oh, ey. Hör auf. Oh, ich muss mich gerade übelst konzentrieren. Oh, ey. Er ist... Ah. Das ist schon wieder so peinlich. Mann, du Wichser, ey. Ich habe den doch gekillt. Ich habe doch viel gedrückt. Was soll denn diese Scheiße? Jetzt mal wirklich. Du möchtest mal... Typ hier, ey. Und die Katze geht mir auch im Sack. Einmal hier rein. So. Schauen wir mal, wo das hinführt.